Das ist Tom. Tom will Urlaub machen. Am liebsten im Wohnmobil. Und natürlich mit seinem Hund. Aber geht das überhaupt? Na klar, mit WAU-Mobil. Wir vermieten hundegerechte Wohnmobile. Und das in einem starken Netzwerk mit dutzenden Fahrzeugen an dutzenden Mietstationen in mehreren Ländern. Oder Urlaub mit Hund im Wohnmobil. Jetzt reservieren auf www.wau-mobil.eu. Schreiben Sie uns oder besuchen Sie uns auf Facebook. Herzlich Willkommen bei WAU-Mobil. Unsere Lizenzpartnerinnen und Lizenzpartner freuen sich auf Sie. Und genauso natürlich die treuen Begleiter. Die fühlen sich in einem Baumobil pudelwohl. Was lieben Hunde an WAU-Mobil? Wir zeigen es Ihnen. Zum Beispiel die umgebaute Heckgarage. Die ideale Hundehütte auf vier Rädern. Natürlich mit Durchgang. Vom gemütlichen Rückzugsort zum Innenraum. Wann immer der Hund oder Sie es wollen. Frische Luft und gute Sicht. Das Hundefenster ist längst in vielen WAU-Mobilen Standard. Ein kühles Nass gefällig? Oder vielleicht muss der Hund nach einem Ausflug auch erstmal durch die Waschanlage. Kein Problem mit der Außendusche an zahlreichen WAU-Mobilen. Hier noch ein paar Impressionen vom hundegerechten Umbau. Fast alle neuen WAU-Mobile sind komplett ausgestattet und vorbereitet. WAU-Mobil macht Hunde glücklich. Und ihre Besitzer sowieso. Sie möchten ein WAU-Mobil mieten? Immer mehr Fahrzeuge sind in ganz Europa unterwegs. Unsere Mietstationen gibt es mittlerweile in mehreren Ländern. In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und darüber hinaus. Wir erweitern ständig unser Netzwerk. Klicken Sie sich ins Buchungsportal. Geben Sie Ihre Stadt ein und Sie sehen im Umkreis von 25 Kilometern die Mietstationen in der Nähe. In der Karte blenden sich auf den Pins die Fahrzeuge ein. Bei einem Klick auf das Fahrzeug öffnet sich eine Seite mit allen Informationen. Suchen Sie ein Baumobil in einem bestimmten Reisezeitraum? Mit wie vielen Personen möchten Sie verreisen? Manche bevorzugen zum Beispiel ein Automatikgetriebe. Oder wie wäre es mit einer speziellen Fahrzeugart? Das zulässige Gesamtgewicht spielt je nach Führerschein eine Rolle. Sie können auch die Ausstattung wählen. Soll es zum Beispiel ein Baumobil mit Anhängerkupplung sein? Alle passenden Fahrzeuge werden im festgelegten Radius angezeigt. Und den können Sie natürlich auch anpassen. Mehr Mietstationen und Fahrzeuge werden angezeigt. Sie haben schon ein Wohnmobil, aber noch kein Baumobil? Na dann lassen Sie es sich hundegerecht umbauen. Das ist unser zweites Netzwerk – Partnerwerkstätten. Fachgerecht bauen wir Extras und Komfort in Ihr Wohnmobil. Für Zwei- und Vierbeiner. Eben all das, was ein echtes Baumobil ausmacht. Neben dem Hundefenster in der Tür der Heckgarage gehört natürlich auch unter der Hundebox der Stauraum für Tisch und Stühle dazu. Der Ruheraum als Rückzugsort für den Hund wird ganz individuell an Ihr Wohnmobil angepasst. Jeder Umbau nach dem Baumobil-Gütesiegel ist also ein Unikat. Das Schiebegitter zum Innenraum sorgt für zusätzliche Flexibilität. Und bei Bedarf gibt es auch eine Trittstufe zum Bett. Lassen Sie sich ein Angebot machen. Wir realisieren nahezu jeden Wunsch. Zum Beispiel Insektenschutzgitter und Türen, um Mücken, Fliegen und Co. abzuhalten. Und natürlich auch Solar, Satt, Klima und vieles mehr. Sprechen Sie uns an. Hier noch einige Beispiele für Umbauten, die von unseren Partnerwerkstätten durchgeführt wurden. Und wenn weder Mieten noch Umbauen für Sie in Frage kommt, dann vielleicht ja kaufen. Bei uns bekommen Sie ein fix und fertiges, hundegerechtes Wohnmobil. Testen Sie verschiedene Modelle und entscheiden Sie sich in Ruhe. Alle Infos gibt's auf baumobil.eu. In jedem Fall heißt es dann Sitzplatzurlaub. Das dürfen unsere Kunden und ihre Hunde gerne wörtlich nehmen. Bommobil ist wirklich, kurz und knapp gesagt, Freiheit, Abenteuer, alle gemeinsam, Hund, Kind, Katze, Kegel. Nee, Katze nicht, aber Katze kannst du auch mitnehmen. Und ich habe die Chance eben wirklich ganz individuell meinen Urlaub zu gestalten. Ich bin an keinen Platz gebunden. Das ist für mich so begeistert. Wenn jetzt gerade wieder hier anfängt zu regnen, dann gucke ich in meine tolle Wetter-App und gucke 50 Kilometer Wetter scheint, die Sonne, fahre die Markise ein und fahre zum nächsten Platz und schon habe ich wieder Sonnenschein. Das ist für mich einer der größten Vorteile, Unabhängigkeit. Also es ist immer schön, wenn begeisterte Leute jetzt gerade durchs Wohnmobil oder Baumobil stapfen und einfach auch begeistert sind, dass es sowas gibt für Hunde und Hundebesitzer. Und dass Baumobile einfach super bequem sind und mit allem ausgestattet. Bequeme Betten, eine richtige kleine Küche mit Kühlschrank, eine gemütliche Essecke und der Hund ist immer mit dabei. Natürlich ist auch ein Badezimmer samt Toilette mit an Bord. Und in jedem Baumobil lässt sich herrlich duschen. Je nach Fahrzeugart gibt es verschiedene Schlafbereiche. Das elektrische Hubbett zum Beispiel lässt sich rauf und runter fahren. Alle Baumobile haben eine Klimaanlage im Fahrerhaus und immer mehr auch eine im Wohnbereich. Komfortabel ist auch die vollautomatische Sat-Anlage. Und Solaranlagen liefern den Strom für unterwegs. Die beliebtesten Baumobile sind übrigens die teilintegrierten, eine Verbindung aus Fahrerkabine und Wohnbereich. Geräumig, gemütlich, gut zu fahren. Kompakt und wendig sind die Kastenwagen, fast wie ein Auto. Besonders geräumig dagegen sind die vollintegrierten. Hier ist alles groß. Und wer eine richtige Spielwiese beim Schlafen möchte, der wählt den Alkoven. Die Baumobilidee erobert Europa. Suchen Sie sich ein Baumobil aus auf www.vaumobil.eu Urlaub mit Hund tut tierisch gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Shaun. Die Baumobilidee erobert DU Express für funk, 2017